Ja, moin meine lieben Freunde, euer frecher Milchreis ist mal wieder mit der schlechtesten Audioqualität auf dem Can't Hold Us Channel und ich präsentiere euch heute eine ganz kleine FIFA Best Goal Montage oder was auch immer und ja, let's go! Was soll denn das, Alter? Verpasst du? Ja, Jonas, geh doch einfach raus. Ohne Scheiß. Zieh mal. Ja, jetzt muss ich es nochmal machen. Mann, Alter. Jetzt muss ich mir das auch nochmal anhören. Ja, du interrogativt. Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Outro